Also ich glaube, der beste Erfolg in der Saison 2021 war auf jeden Fall unser fünfter Platz, also der Viertelfinaleinzug beim Vier-Stern-Turnier in Cancun. Das war auf jeden Fall international auf der Welt unser bestes Ergebnis. Davon abgesehen sicher auch der Virtusieg in Mersin beim Drei-Stern-Turnier. Ja und dieses Jahr war auf jeden Fall das Emotionalste für uns das Heimturnier in Wien, wo wir beim Nations Cup Vierter geworden sind und wirklich eine super Leistung erbracht haben. Und ich glaube, da hat man auch gesehen, mit welcher Leidenschaft und Emotion wir dabei sind und diesen Sport einfach lieben. Und auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft plus der siebzehnte Platz war auch trotzdem ein großer Erfolg. Wir sind auch wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen gemeinsam und ich glaube, einer der schönsten Momente war auf jeden Fall unser Europameistertitel, also bei der U20-Europameisterschaft in Tel Aviv 2011. Und ich glaube, das war auch so der Startschuss für das, dass wir gesagt haben, wir wollen Profis werden, wir wollen ja alles dafür geben, wir lieben den Sport und ich glaube, das war schon einer der emotionalsten Momente für uns. Also unser großes Ziel ist natürlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen für 24 in Paris. Naja, Volleyball bin ich schon sehr lange dabei, also ich habe mit sieben zum Volleyballspielen angefangen, aber in der Halle natürlich, ja und Beachvolleyball habe ich dann noch mit einer Partnerin aus Hartberg so ein bisschen in seine C-Cup-Tour gerockt und dann eben durchs Nachwuchsnational, eben durch den Stefan Höhenberg, sind wir seit 2010 ein Team eigentlich. Also bei mir war es, also ich spiele noch nicht so ganz so lange Volleyball wie die Katharina, ich habe dann erst, glaube ich, mit 12 oder 13 angefangen im Verein zu spielen und habe dann eigentlich so in der Schule das erste Mal Beachvolleyball diesen Schuhbeachcup gespielt und dann eben auch, glaube ich, die Sichtung mit 15 oder so das erste Mal und dann die C-Cup-Tour gerockt und dann eben auch das erste Nachwuchsturnier auch mit der Katja eben gemeinsam gespielt. Und es hat von Tag 1 mega gewiped und die haben uns wirklich am Court und abseits vom Court super gut verstanden und die Leistung wird auch gespielt und dann irgendwie ist eins ins andere übergangen. Und ja, ich schätze einfach sehr an der Lena, dass wir einfach eine, ich glaube ich immer zu 100% auf sie verlassen. Sie ist zielstrebig, sie ist super motiviert und ja, ich könnte mir einfach keine bessere Partnerin wünschen. Liebe auf den ersten Blick kommt auch noch heute und es ist auch wirklich über die Jahre, wir haben einen extremen Prozess gemeinsam durchgemacht. Ich glaube, wir haben uns auch extrem persönlich weiterentwickelt und auch das Miteinander extrem immer mehr, sozusagen optimiert. Ich finde, Beachvolleyball ist generell ein sehr fairer Sport und ich glaube, das merkt man auch miteinander zwischen den Spielern, zwischen den verschiedenen Teams, dass es einfach großartig harmonisch ist und mit vielen Spielern von anderen Teams, dass man so sorglich freut und hat einfach eine gute Zeit. Also, da sind wir, glaube ich, alle erwachsen und fair gehen. Also, wir haben sicher schon einige Niederlagen gemeinsam erlebt, die natürlich sehr enttäuschend waren, aber ich glaube, das ist genau das, was ich auch vorher schon gesagt habe. Es ist auch alles ein Prozess und es bringt im Endeffekt überhaupt gar nichts, wenn man sich runterziehen lässt von einer Niederlage, weil man muss eigentlich wirklich nach jedem Spiel das Spiel abhaken und wirklich nach vorne schauen. Ja, und ich finde, das Wichtige ist auch, dass man nach einer Niederlage trotzdem sachlich das analysiert, woran hat es gelegen, warum haben wir verloren und dann trotzdem auch versucht, positive Dinge zu finden, weil auch in jeder Niederlage ist trotzdem irgendetwas Positives und trotzdem dann die positiven Dinge mitnimmt und versucht, die anderen Dinge einfach zu verbessern.